Hamburg bleibt im Zustrom kalter Luftmassen aus Skandinavien. Westlich von uns liegt ein Hochdruckgebiet über Skandinavien, allerdings so weit weg, dass wir nicht den eigenen Sonnenschein bekommen, sondern immer wieder auch dichtere Wolken und einzelne Schauer. Und die Kaltluft hat es von Skandinavien aus geschafft, sogar Nordafrika zu erreichen. Und genau in diesem Strom liegt Hamburg, sodass die Temperaturen auch in den kommenden Tagen keine großen Sprünge machen. Das nächste Mal 15 Grad stehen im Moment in den Modelldaten an für den 27. April. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden auf frühlingshaftere Temperaturen. Jetzt wird es erst mal frisch. In der kommenden Nacht gehen die Temperaturen bis nahe dem Gefrierpunkt zurück. Es gibt verbreitet Bodenfrost. Örtlich bilden sich ein paar flache Nebelfelder. Und vor allen Dingen besteht durch überfrierende Nässe und reift die Gefahr von Straßenglätte. Das kann morgen früh für Überraschungen sorgen. Deshalb sollte man vorsichtig fahren. Morgen Tagestemperaturen bei 9 Grad. Viele Wolken, ein bisschen Sonnenschein. Vereinzelt gibt es ein paar Regenschauer. Der frische Wind, der jetzt noch da ist, lässt dann morgen deutlich nach. Die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag um den Gefrierpunkt herum. Morgens beginnen wir mit Nebel. Wir starten aber in einen freundlichen Tag, der nur sehr wenige Regenschauer bringt. Bei Tagestemperaturen um 10 Grad scheint immerhin für sieben Stunden die Sonne. Die neue Woche beginnt ganz ähnlich. Wenig Änderungen beim Wetter. Nachtfrost wird es geben. Tagestemperaturen bei 10 Grad. Tagsüber eine Mischung aus ein paar Wolkenfeldern, vereinzelten Regenschauern, aber auch immer wieder sonnigen Abschnitten.